Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Folge 74, glaube ich, vom Digitec-Podcast. Ich sage das jetzt einfach mal so. Mit mir, Philipp Brueck. Mit Simmel Ballisser. Und Luca Fontana. Wieder in alter Frische. Ich habe gehört, haben Sie sich gemacht letzte Woche. Ganz viel sich. Absolut nicht mehr. Wir haben einfach mal ein bisschen länger geredet und haben es nicht Stress zu lassen bei den Themen. Weil immer ich mit der Peinchen. Ja, wir sind vom einen ins andere. Wir sind ein bisschen abgeschwauft worden. Irgendwo bei Snapdragon angefangen und sind bei Mandalorian und AI. Ist das nicht der natürliche Verlauf? Oder wie das einfach muss sein. Richtig. Ja, ich habe eine Gretchen-Bands gepackt und habe in den zwei Tagen voll durchgezockt. Wann war es deine, Simon, deine letzte Landparty? Vor, äh, ja, vor etwa vier, fünf Wochen oder sowas. Aber genau, das muss ich mal sagen. Noch nicht so lange her. Ja, weil wir haben, bevor ich dann zum Programm komme, wir haben, äh, endlich mal wirklich neu gezockt. Das ist, ich muss sagen, ich habe es den Beste besitzt, finde ich. Wir haben wirklich mega viel Halo Infinite gezockt und alle haben es verdammt lustig gefunden. Hey, und du kannst da wirklich Sachen einstellen mit so maximaler Geschwindigkeit, nachher Speed ist im Affenzahn rum und, äh, so schwere Losigkeit, wo, wenn du mal kumpfst, kommst du fast nicht mehr runter. Nachher fliegen alle. Das ist total dumm. Ah, es ist wirklich, weißt du, oder mit blöden Waffen und so, nachher sind alle mit Hämmern rumgerannt und so. Hey, wirklich. Gibt es LAN-Server dort eigentlich? Also kannst du nur im LAN spielen? Ja. Oder musst du online? Also, äh, wie haben wir es gemacht? Also wir haben nur mehr gespielt. Wie haben wir es gejoint? Ja, also weisst du, dass du Lobby kannst machen, Private Lobby, ist klar, aber dass du einen LAN, einen Server im LAN hast, damit nicht danach irgendwie muskulieren über die Microsoft-Server. Das weiss ich nicht. Das weiss ich nicht. Okay. Und das andere mega geil, hey, Golf with your friends, heisst du, glaube ich? Ich habe es gesagt, ich habe es dir gesagt. Ja, aber ich habe es... Das ist geilste an jeder LAN-Party. Ja, ich habe es aber... Du hast es mir nicht empfohlen. Ich habe gesagt, wir spielen das. Weil ich habe... Ja. Und du hast dann gesagt, doch, und du hast dann gesagt, ja, das ist ein gutes Altherr-Game. Ja, ja. Und ich habe das wirklich einfach irgendwo aufgeschnappt und habe gedacht, ja, das klingt noch witzig und das hat für zwölf Spieler und wir sind zwölf, 13 Leute gewesen. Und hey, das ist wirklich einfach ein Golf-Game, wo alle miteinander golfen. Und da gibt natürlich auch verschiedene Modis und so. Also kannst du mir eine Mini-Golf so vorstellen, aber natürlich abstruse Welten und dann gibt es irgendwie so Spezial-Sachen, wo du irgendwie... Dann kannst du die anderen... Weißt du, die Power-Ups wie Super Mario. Das ist quasi wie Mario Kart, genau. Und dann werden die Leute Würfel und so oder du kannst irgendwie Honig am Boden lassen, damit es langsam sind. Hey, die Level werden abstrus im Fall und dann kannst du auch mit Basketball und E-Soke und hey, das Game ist genial und das macht dich hässig, hey. Weißt du, wenn dich wieder einfach einer wegschöpft oder du einfach irgendwie... einfach ins Zeug rausjettest, aber hey, leck, ist das lustig. Ich sage es euch. Das war mein Geheimtwebe. Es ist am Game Pass und ich hoffe, es geht nie dort weg. Ja, das wirklich. Ja, und Rubber. Rubber Bandits, wenn ihr nur zuviert dann etwas spielen solltet. Hilarious! Es ist einfach so zuviert, bist so wobblige Siche, vermöbelst du einander und versuchst gleichzeitig, Geld aus dem Tresor zu nehmen und dann nach einer Minute geht das Tor auf und dann versuchst du mit möglichst viel Geld dort rauszukommen. Aber alle hauen dich natürlich und dann nehmen dir das Geld wieder weg. Hey, ich sage dir, so ein lustiges Spiel. Absolut geniales Party-Game. Aber Party haben wir jetzt nämlich auch mit unserem ersten von drei... Hände Übergang habe ich vermisst. Hände Übergang. Mit dem ersten von unseren drei so Jahresrückblick. Und der erste ist, wie ihr es ja glaube ich angekündigt, das sind unsere Top 5 Tech-News, die die Welt oder uns beschäftigt haben. Tech-Stories, Tech-News, genau. Tech-Ereignisse, Tech-News, die für Furore gesorgt haben. Und wir haben da mal gefiltert und haben da fünf zusammengesucht. Vorher, genau, weil wir haben ja verschiedene Metriken mit hinzugezogen. Und zum einen habe ich natürlich kurz geschaut, was bei uns am besten gelaufen ist auf der Seite. Und das habe ich gedacht, das mache ich euch jetzt auch nicht vorhanden. Ich fange jetzt aber unten an. Ja, jetzt kommen die Inside-Insider-News. Wir fangen dahinter an. Stories sind bei uns am besten gelaufen. Und ich nehme sechs, weil dann sind wir auch noch drin. Auf Platz sechs von den besten gelesenen Stories ist der Digitech-Podcast Folge 44 gewesen. Und dort haben wir über das PS5 Redesign gesprochen. Und dann die nächste Story war die Grafikkarte Rarers Good. Ich glaube, das war von Kevin, wo er eben wieder darüber lamentiert hat wegen Chip-Kreisen und Zeugs und Sachen, was so Gründe sind, dass du die Grafikkarte einfach nicht bekommst. Die nächste ist glaube ich auch wieder von Kevin und dass die NVIDIA die Mining-GPUs rausgebracht haben. Die habe ich auch komplett vergessen, dass es die mal gegeben hat. Ja gut, bei der Chip-Knappheit. Die sind nicht verfügbar. Es ist ja so wie, ja gut. Dann Platz drei von Simon, der Benzinschocker. Nein, ich bin unter Top drei. Der war Anfang Jahr, oder? Das ist nur ein Troll-Beitrag. Die Digitech-Investigativ finde ich meine Telezüri. Meine Telezüri-Moyce aufspannen. Ich habe einfach gefiltert nur auf Digitech natürlich und nur auf Redaktion. Und dann Platz zwei, die iPhone 13-Vorstellung und Platz eins, und zwar mit Abstand, ist da die Razer RGB Luftmaske, Gesichtsmaske da. Das habt ihr sicher gesehen. Ich weiss noch, wo es dir darum ging, sollen wir die machen? Und ich habe gedacht, nein, das ist ein reiner Marketing-Gag von Razer. Die machen ja nur solche Sachen. Ja. Ich habe die auch gesehen, die News. Ich glaube, ich bin ja auch in der Woche vorher oder so etwas. Also ja, intern bin ich ein bisschen zu schenken, zu schauen, welche News machen wir und welche machen wir nicht. Und ich habe das irgendwie so halber gesehen, und ich habe gedacht, interessiert doch keine Sau, ist jetzt einfach nur eine Gesichtsmaske, die ein bisschen leuchtet. Who cares? Aber dann hat es der Rafi irgendwie doch gemacht. Und sie hat da den best gelaufenen Artikel vom Jahr auf Digitec. Ich finde immer noch, es hat keine Relevanz, diese Maske, aber ich meine, es hat oft die Leute interessiert. Also sie sehen geil aus, in jedem Fall. In allem, es ist ein dummes. Und es ist halt das Thema, das uns immer noch bewegt. Ja, ja. Natürlich. Ja, ist schon so. Und eben RGB und Corona, ja, das ist oft eine gute Kombi. Aber genau. Also wirklich, beide scheisse. Genau. Beides könnte weggehen, gell? Genau, von diesen sechs News hat es aber eigentlich nur eine in unsere Top 5 News von New York geschafft. Und ich würde sagen, wir fangen, das haben wir gar nicht definiert. Ich würde sagen, ich hätte jetzt da unten angefangen. Mit Right to Repair. Alles klar. Wenn Simon ist gerade im Gähnen, dann muss ich ihn gerade abholen. Nein, nein, schon gut. Zack, zack, zack. Wenn wir schnell in Übersicht machen, genau was wir erfordern haben, vielleicht kurz. das Right to Repair. Mit dem fangen wir an. Facebook wird zu Meta, was das bedeutet. Dann haben wir den WhatsApp, haben wir das Thema, die Datenkraken so und das ganze updatete, End-User-License-Agreement. Das Jahr der Knappheit werden wir sicher noch besprechen. Da gibt es ganz viele verschiedene Ebenen. Das war nicht nur Grafikkarten und Spielkonsolen. und dann etwas, was uns das ganze Jahr immer beschäftigt hat. Activision Blizzard, wo wir erlisten, beziehungsweise den ganzen Skandal rund um die schlechten Anstellungsbedingungen bei einem von den grössten Game herstellen. Der zweite Gerüst, vielleicht noch EA oder ich weiss gar nicht. Nein, das weiss ich nicht einmal. Aber es betrifft ja nicht nur die. Aber genau, mit dem Right to Repair passt ja auch, weil das glaube ich auch die Letzte von denen, die wir behandelt haben. Absolut, ja genau. Vor allem durch das, dass Apple vor ein paar Wochen angekündigt hat, dass die so ein Self-Service machen, habe ich das wollen, ihnen nicht. Die haben ja dort quasi ihr Right to Repair angekündigt und gesagt, du kannst jetzt gewisse Komponenten für dich zu Hause, Ersatzteile quasi für engkonsumenten für dich zu Hause zum Flicken von deinen Geräten bestellen. Was sie längst nicht gemacht haben, das haben vorher noch so Partnerfirmen können, also das sind dann aber nicht unbedingt die kleinen Handyshops, die mussten sich das auf einem schwarzen oder grauen Markt holen. Grauen sage ich in dem Fall jetzt. Und das ist recht überraschend gekommen, dass Apple das damals angekündigt hat und irgendwie hat man so das Gefühl, das ist, zumindest wenn man so ein bisschen durch die Kommentarspalten von den Techportalen, dass das tatsächlich einfach auf Druck von der Politik, weil diverse Bundesstaaten in den USA haben das Gesetz vernehmlich im Moment, wo das Right to Repair quasi per Gesetz definieren soll. Dann haben natürlich Kunden nicht mehr gemotzt und auch, das ist ja immer wichtigste bei Techfirmen, Politik und Kunden sind scheissegal, aber wenn sie Aktionär wollen, dann geht es um den Aktienkurs und dann nachher wird man auch einlenken und auch dort haben natürlich die Aktionär dann gefunden, dann kommen die ein. Wie gut das funktioniert, ist aber noch nicht richtig gesagt, weil die ersten Ersatzteile sind noch nicht ausgeliefert, das ist eine Anhandlung, es kommt nächstes Jahr, kommt das. und ein grosser Portal Einfixit, wo die Anleitungen hat, wo jeder Scheissdreck flicken oder eben nicht, wo es geht, die haben schon angekündigt, sie werden zuerst einen sehr tiefen Test machen, ob das wirklich so funktioniert, wie Apple das gesagt hat. lustig ist, dass sie kurz vorhin gesagt haben, wenn ihr beim neuen iPhone euren Bildschirm selber auswechselt, dann funktioniert Facecan nicht mehr. Es war völlig absurd, als die das angekündigt haben. Genau, wir haben es ja reingenommen, weil es vermutlich sehr grosse Welle schlagen. Es könnte Auswirkungen haben, wie Geräte konzipiert werden. Zeitlang, ich weiß gar nicht, wie es bei den neuen Laptops aussieht, aber die waren so hart verleimt. Macbooks waren so krass, da konnte nichts machen. Es ist einfach ein Gefühl am Schluss nach Elim darüber gossen und dass du nichts machen können. Wir haben vor drei Podcasts darüber gesprochen, dass es gibt das Right-to-Repair-Movement, das wirklich pusht, dass man etwas macht. Es gibt es schon länger, aber die sind auch nie richtig angehört. Aber das kommt jetzt erst wieder auf. Das gibt ja eine Komponente einerseits Nachhaltigkeit, aber andererseits auch bei der Verfügbarkeit, wo wir nachher darüber reden. Auch das ist natürlich, wenn du das Gerät abfragst und du kannst kein neues bestellen, weil es nicht verfügbar ist, dann ist Flicken ja auch eine bessere Lösung. Das könnte unter Umständen auch noch reingespielt bei Apple. Wer weiss. Vielleicht wissen die etwas, was wir nicht wissen, in Sachen Verfügbarkeit. Aber es klingt schon extrem so, sie sind einfach genötigt worden. Sie wollten den Regulatoren zuvorkommen, weil sie in 26 Staaten in den USA haben sich dafür ausgesprochen. Aber in Europa gibt es glaube ich auch die EU hat schon Ambitionen das zu machen. Es gibt schon Ambitionen das zu ändern. Und natürlich ist Apple dort wenn Apple das macht, dann werden andere nachziehen. Apple ist halt leider immer noch ein Vorreiter in Sachen. Wenn die den Kopfhöreranschluss wegnehmen, dann können die anderen auch. Wenn die ihren Charger nicht mehr beileggen, um vermeintlich umweltfreundlicher sein, aber einfach um mehr iPhones aufs Ballet packen und mehr Stutz machen, dann machen das andere auch. Aber manchmal könnte es auch mal gut sein, dass sie Vorreiter sind. Das ist nicht etwas, ein Spannende. Wenn sie sagen, wir verlieben unsere Akkus nicht mehr. Das war das mit dem Kollegen. Er hat das Gefühl, dass die letzten Laptops zum Flicken Laptops, die im grossen Stil rausgekommen sind, die IBM Thinkpad, bevor sie Lenovo wurden. Ein IBM Thinkpad, mit Explosionszeichnungen dazu. Jede Schraube steht im Manual. Heisst, sie weggenäht, wenn das wechseln, dann die Technikzechnungen aus explodiert. Die hatten es noch früher. Lenovo bezweiflecht, dass sie das noch machen. Aber es kostet einfach Geld. Lenovo kostet so viel wie ein MacBook damals mit den gleichen Specs. Das ist immer bei uns in den Kommentaren. Apple schrottet viel zu teuer. Oder allgemein. Gute Laptops, die man flicken, haben ihren Preis. Du hast das getestet. Das Framework ist aber nicht teuer. Das ist nicht teuer. Das ist nicht teuer. Die Konfiguration kostet etwa 1500 $ gekost. Die hat 1 GB SSD i7 2 schnellst und 60 GB RAM. Sonst hat sie auch ein recht ok Preis. Das kann man sagen. Framework ist ein Laptop mit die Komponenten modulare reindrücken. Aber auch Prozessor kannst du easy auswechseln. Du kannst alle Teile ersetzen. Der Prozessor das Mainboard ersetzen. Aber das gibt es auch. Dort gibt es einfach die drei haben 1.5 und 2.1 7 und die drei kannst dann auch das Mainboard kaufen. Aber sie haben schon den Marktplatz aufgemacht, damit andere Hersteller ihre Sachen anbieten können. Wie gesagt, SSD und RAM ist schon jetzt da kannst auch irgendetwas reinbauen. Ich habe oft klingt es gut und es passiert schlussendlich eh nichts. Die Leute sind bequem und gewonnen es dir und trotzdem zwei oder das liegt einfach in der Schublade rum bis sich der Akku aufbläht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das wirklich so wird, dass die Hersteller mehr Sorge geben, dass ihre Geräte reparieren und du musst das selber machen. Ich kann mir vorstellen, dass mehr Sachen unter Reparatur fallen. Zum Beispiel das Display, das kaputt geht. Jetzt musst du immer alles komplett selber zahlen. Und wenn es einfacher fällt dann einfach mehr unter Garantie. Garantie, das könnte schon sein. Ich meine, die Teile sind gar nicht so teuer. Wenn du schaust, das Fairphone ist neu, und kannst alles ersetzen, was du willst, ist weniger mit Upgrade. Ich weiss nicht, ob es das auch geplant. Du kannst sagen, okay, jetzt noch mehr Megapixel. Aber zumindest wenn etwas kaputt geht, kannst es ersetzen. Und die einzelnen Teile sind nicht so teuer. Die Kamera kostet nicht 300 Euro zum ersetzen. Aber das Display ist ja meistens das Anfängst. Genau, kostet 29 Euro. Ich weiss nicht, ich meinte, wenn du es selber machst, ist es immer 140, 200, 200, also es ist etwas draus. Also wenn das ganze Display ersetzen, dann ist das teuerste. Da kann man vorstellen, dass der Preis dann auch runterkommt. wenn sie es einfach zugänglicher machen, dann hat der, der es flickt, er vielleicht schneller und dann wird er vielleicht teilebilliger, weil es mehr Leute machen. Oder das könnte schon noch werden? Fairphone ist es 80 Euro. Was eigentlich, die Kamera ist 60 Euro. Das Zeug ist Win-Win-Win-Win. Du kannst diese alten Geräte noch brauchen, wenn es sogar upgradable ist. Es ist der Einzige, was nicht gewöhnt, ist den Herstellen, weil er weniger verkaufen kann. Oder weniger Cash machen, weil er nicht alles auf einmal verkaufen kann. Und logistisch, wenn es rot ist, dann kann er all das Zeug immer verfügbar machen. Aber eigentlich ist es ja schon geil, in einer idealen Welt. Hast du ein Grundgerät und kannst das upgraden und flicken oder sogar upgraden, einen geileren Akku mit mehr Technologien dahinter? Weil tatsächlich jedes Jahr brauchst du kein Handy. Das ist völlig absurd. Logisch, ich bin jetzt nicht mega optimistisch, weil ich glaube, allein mit gewonnen zu sprechen ist schwierig und viele Leute kaufen einfach gerne ein neues Gerät. Das ist nicht in den nächsten fünf Jahren, hoffentlich. Früher war es so, du hast den Shit einfach alles repariert. Das ist so Kriegslogik, ein Mangeln an allem. Bis zum letzten hast du deine Schuhe noch fertig gelaufen und jetzt leben wir in einer mega Wegwerfgesellschaft. und dass wir vielleicht zurück sind so als mit Grosseltern, die Geschenkpapiere an der Weihnacht noch mal zusammengefaltet haben und dann für den nächsten Geburtstag aufgespart haben. Oder einfach, wie meine Brüder konsequent Zeitungspapiere nehmen. Ja gut, weil er ein faulen Sack ist und einfach kein Geschenkpapier wegkauft und merkt auch Shit. Aber es ist schon so. Früher haben wir noch die ersten Nokia, wenn einem der Akku lehrer war, habe ich gefragt, darf ich schnell deinen Akku auslehnen, ich muss schnell ein Telefon machen. Das ist ja ein gutes Beispiel. Es geht ja nicht einmal darum, gewisse Leute flicken mehr, aber einfach einen Akku ersetzen. Das kannst du immer einfach nicht. Außer gewisse Sachen kannst du über den Shop regeln. Aber eben, dass du es einfach du selber einfach kurz neu bestellen und einfach Decke auf und zu. Wenn das möglich ist, das machen, das wird jetzt so gut jedem zu. Und das ist die Right to Repair Movement, sozusagen. Dass man sagt, hey, also der Anspruch oder die Aufforderung an die Herstelle zu sagen, hey, baut mir Geräte, die ich selber reparieren oder defekte Geräte austauschen kann. Es ist umweltfreundlicher, es ist für mich günstiger, es sollte eigentlich ein Grundrecht sein, dass ich ein Gerät, das nur etwas defekt ist, dass ich das auch reparieren kann und nicht ein ganz neuer Geräte auch. Und das ist jetzt das, was Apple ein bisschen eingelenkt hat, das habe ich richtig verstanden. Genau. Weil Apple ein bisschen einlenkt und wenn Apple irgendwo etwas mal in Gang setzt, dann folgt die ganze Industrie und das ist positiv. Genau. eine positive Bedeutung, dass da jetzt nicht mehr eine Minderheit nachschreit, sondern Apple das auch wahrnimmt. Und wir haben es ja auch schon gesagt, dass vor Apple Microsoft das schon zugesichert hat. Ich glaube, für die Xbox, dass du die auch selber reparieren kannst. Und gut möglich, dass sie es auch den gleichen Grund gemacht haben, weil sie auch gemerkt haben, da nimmt der Druck zu und jetzt kommst du mit einer positiven Message Messaging gefahren und in einem halben Jahr müsstest du einfach Zähne knirschen und das akzeptieren. Darum machst du es lieber jetzt. Jetzt verkaufst es gut und das Ding ist einfach auch ein Umdenken. Ich glaube nicht, dass Apple das... Gut, Apple könnte es noch zutrauen, dass sie das Zeug verleimen, damit sie nicht selber flicken kann, damit sie in der Wertschöpfung noch mal ein bisschen Geld ausholen können. Oftmals sagen die Hersteller natürlich auch, ja, Platzmangel und es ist einfacher, alles auf eine Platine draufzupressen und so. Aber wenn man dort ein bisschen um die Ecke denkt und das schlau macht, dann wird das schon gehen. Es ist halt einfach ein Engineering-Schritt mit, um noch mal zu sagen, ja, da braucht es jetzt ein Interface und da muss man das so abschraublen und so. Aber das geht oft kaputt. Aber das ist machbar. Ich glaube auch. Wie man sieht, der Framework-Laptop ist jetzt wirklich nicht speziell dick. Es ist jetzt nicht der Tünnst, aber das ist ein absolut... Du schaust nicht an und findest du, was ist das für einen alten Laptop, sondern einfach so, es ist ein ganz normaler Laptop. Das ist ein bisschen wie bei mir. Ich bin jetzt auch nicht speziell dick, aber man schaut trotzdem zweimal an und denkt, das ist jetzt nicht der Tünnst, aber... Genau. Wenn einfach alle so wären wie du, dann... An dir kann man zwar immer weniger flicken. Also komm, dann gehen wir weiter zum zweiten Top 5 News mit 10 U. So schreibt man das. und das hat Luca vorbereitet. Facebook wird Meta und Metaverse und alles drumherum, oder? Ja, genau. Richtig. Also die News, die ich ausgesucht und die ich fand, die Welt bewegt oder beziehungsweise ja eben noch nicht so. Das heisst ja eben Facebook hat seinen Namen geändert und das heisst jetzt Meta und das klingt jetzt halt ein bisschen so wie ja, Google heisst Alphabet, keine Sau weiss es, keine Sau interessiert es, es klingt nicht so spannend. Spannend ist aber eben der Trend, der dahinter steckt und wo noch nicht so bekannt ist, aber wo ich ganz fest davon überzeugt bin, dass das der grosse Megatrend ist, der geht, der die nächsten 10-15 Jahre uns bewegen wird und das ist eben das Metaverse. Und Facebook, Zuckerberg hat die Unbenennung vorgenommen, zum einen ein bisschen so das Signal geben, hey, Facebook schafft jetzt als im Metaverse. Und was heisst das Metaverse? Metaverse ist in der Tech-Szene ganz, ganz fest davon überzeugt, dass das eben der nächste grosse Megatrend ist, also ich sage mal der letzte ist wahrscheinlich das Web 2.0 gewesen, die Social Media, wo zu meiner Studiezeit, wo ich eine Betriebsökonomie studiert habe, hat man dem das Mitmachen Web gesagt. Ja, 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 ja. Großartig. Das war noch der Name bevor es Social Media geheißen hat. Das ist ja auch ein Begriff, wo Facebook Megaprend, also wo Facebook auch selber damit aufgekommen ist, bin mir jetzt aber noch nicht ganz sicher. Ja, Social Media ist ja auch ja, das ist ja, das ist ja, das ist auf alle Fälle. Oder, wenn du am Anfang du siehst halt all die Firmen, da startet jetzt ein neuer Megatrend an und du willst einfach von Anfang an dabei sein, weil wenn du von Anfang an dabei bist, hast du einen grossen Vorsprung gegen die, die erst nach und später mithüpfen. Und Facebook ist natürlich bei Social Media ein grosser, grosser Wegbereiter und möchte das auch für das Metaverse sein. Metaverse selber ist ein Begriff, der aus dem dystopischen Roman Snowcrash stammt. Der ist 1992 veröffentlicht worden und dort geht es um eine Welt, die bis in die hinterste Ecke technologisiert ist und wo vor allem der Staat sich grössten Teil aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat aus dem öffentlichen Leben und die Welt mehr oder weniger von Megakonzernen beherrscht werden. Und da haben wir auch wieder parallel zu. Das war 1992 und heute 2021 haben wir Facebook, Google, Amazon und so weiter. Also wir laufen genau schön auf die Welt zu und in diesem Snowcrash, in diesem Buch gibt es eben einen Ort, wo virtuelle und eine reale Welt vermischt werden und das ist eben das Metaverse. Das ist quasi ein Ort, wo man sich zurückziehen kann, wo man als 3D-Avatar sich komplett drinnen bewegt und wo einem eigentlich sein ganzes Leben, Unterhaltung, Ausbildung, Schule, Selbstberufe, also wirklich Second Life-mässig, wenn wir mischen drinnen und hoffen... Ready Player One ist ja das aktuelle Beispiele. Ja, genau, Ready Player One. Das ist so, ich sage mal, das mega futuristische Beispiele, wo man kennt. Ready Player One, die Leute legen den Brüllen an und bewegen sich dann aber quasi innerhalb der Welt, als ob sie wirklich drinnen wären, obwohl sie eigentlich nur zu Hause auf dem Sofa sitzen und überhaupt nichts machen. Ich würde sagen, so ein Beispiel von Metaverses, die wir heute kennen, ist eher so zum Beispiel Fortnite oder auch WoW, also so eben Sandbox-Welten, wo Sachen drin passieren. Fortnite ist so ein bisschen ein Beispiel, weil Epic Games, die Entwicklung von Fortnite, die sind bis jetzt, hätte ich gesagt, also bis Facebook kam, sind es die, die am leutigsten und am meisten darüber geredet haben. Die haben ja damals, Anfang Jahr, haben wir auch schon darüber geredet, die haben Tonic Games Group gekauft, die haben Fall Guys entwickelt. Und der Tom Sweeney, also der Epic Games Gründer, der hat gesagt, es ist kein Geheimnis, dass Epic Games am Aufbau des Metaverses interessiert und investiert ist. Und Tonic Games teilt dieses Ziel, während Epic daran arbeitet, diese virtuelle Zukunft aufzubauen, brauchen wir grossartige, kreative Talente, die wissen, wie man starke Spiele, Inhalte und Erlebnisse entwickelt. Also die haben das Wort auch schon sehr, sehr offen benutzt. Und ja, Fortnite ist definitiv ein bisschen so ein Beispiel, wo einige von diesen Konzepten von einem Metaverse beinhaltet. Also wir haben 350 Millionen registrierte Gamers, sind nicht so viele aktive, pro Tag glaube ich, aber es sind im Moment so viele registrierte Spieler, wo sich da wird, also es ist eigentlich ein Ego-Shooter, aber es gibt jetzt schon virtuelle Konzerte innerhalb von Fortnite oder Firmen, die Werbung machen, Fussballmannschaften, die ihre Trikots online stellen, wo man kann dann das als personalisierte Skin benutzen. Trailer-Premiere, Ausschnitt aus Kinofilmen, die auf virtuelle Linwände innerhalb von Fortnite laufen. Das ist genau so die Idee vom Metaverse, dass du in dieser Welt eigentlich deine Unterhaltung lasst spielen. Und Facebook ist dann jetzt Anfang Oktober gekommen und hat gesagt, ja, ich mache jetzt da auch mit. Und bin ist, dass wir so ein bisschen eben eine Mischung aus Augmented Reality und Virtual Reality also, dass du quasi wie so eine Brille anlegst oder etwas und dann quasi dein Avatar siehst und dann kann ich vielleicht da am Tisch sitzen und neben mir sitzt der Phil. Aber er sitzt nicht tatsächlich physisch da, sondern nur eine virtuelle Projektion vom Phil, der da sitzt. Er ist in Wirklichkeit zu Hause. Das sind so all die Konzepte und Ideen von Metaverse. Und siehe da, wo Facebook kam, ist auch gerade Microsoft gekommen und hat gesagt, wir wollen das auch. Also wir haben jetzt schon drei grössere Firmen, die sehr offen über das reden. Epic, Microsoft, Facebook und ja, es geht alles in die Richtung. Absolut schräge Vorstellungen von SIP gemacht haben. Die Videos mit dem Zuckerberg, wie sie da irgendwie so völlig stief miteinander am reden sind. Beide mit den Oculus-Quests an und den Nocts in dem virtuellen Raum. Das ist wirklich so unglaublich. Der ist so kein Roboter. Und bei Microsoft ist es auch so Stier. Ja, man weiss ja mal einfach nicht richtig, was man dort ... Also weißt du, ich meine, ein Second Life hat es schon mal gegeben, das hat schon funktioniert. Ich weiss jetzt, was ich mich frage, ist, was kommt jetzt da noch an den Top? Natürlich, es gibt geilere, eben, du kannst mehr technische Möglichkeiten, aber wie unterscheidet sich das dann von dem Second Life? So. Ich glaube, wir können es uns jetzt noch gar nicht vorstellen. Ich habe gestern mit Lidia auch die Diskussion gehabt, was könnte das sein, wo könnte das annehmen? Ich denke, ich habe vor 10-15 Jahren vieles auch nicht für möglich gehalten, was heute total gang und gäbe ist. Wer weiss, wo wir in 10-15 Jahren stehen mit technologischen Entwicklungen, vielleicht auch mit unserer Entwicklung. Wir werden vielleicht immer fauler, bequemer, vielleicht wollen wir das. Jetzt kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass wir sagen, zum Beispiel, ich will doch ins Kino einen geilen Film schauen, ich will nicht zu Hause ein Brüller anlegen, wo ich dann im Kino sitze. Das kann ich mir jetzt noch überhaupt nicht vorstellen, aber wer weiss, was seit 10, 15, 20 Jahren der Stand der Entwicklung der Menschheit sein wird. Wir werden das wirklich erst noch herausfinden, in was genau wir da reinlaufen. Aber dass es kommt, da gibt es ganz, ganz viele Zeichen, abgesehen von den drei grossen, die ich erwähnt habe, ist gerade letzte Woche ganz frisch, das habe ich gelesen in der NZZ, da haben sie einen mega geilen Artikel geschrieben, über den virtuellen Immobilienmarkt. Also der ist am 30. November hat die Firma Republic Realm für 4,3 Millionen US-Dollar Land in der virtuellen Gameplattform The Sandbox gekauft. Und The Sandbox ist zum Beispiel eben so ein Multiverse, eines der grössten existierenden Multiverses, die es im Moment gibt. Metaverse, oder wie heißt es? Nein. Sorry Multiverse, ich bin abgedreht. Metaverse, danke. Multiverse ist auch dein Name. Das ist das von Marvel. Das ist dein Marvel-Zug, oder? Sorry, sorry, danke für die Hinweise. Metaverse, Metaverse. Ein starischer Versprecher. Ja, ja. Wie sagen wir, Deformation professionell. The Sandbox ist so ein Metaverse, eines der grössten, der im Moment existiert. Eben so Sandbox-Prinzip mit Minecraft-Grafik, also du stöchst alles, was du dort innen baust, hast und existiert. Das wird mit Voxels gebaut, also eben die 3D-Pixels. Und dort haben sie im Moment etwa 500'000 aktive Mitglieder und 166'000 Landparzellen, sozusagen, die du kaufen kannst, und worauf du dann Sachen bauen kannst. Und das Besondere an dem ist wirklich, dass die User die ganze Unterhaltung, Spiele, die dort drin sind, also eigentlich alles selber bauen. Sie können die Sachen, die sie bauen, dann auch zum Verkaufsstellen für andere. Das sind dann so Assets und Tokens. Das läuft alles über NFT, also Non-Fungible Tokens. Das läuft über Blockchain, wo wirklich, vielleicht auch das noch schnell erklären, bevor es zu verwährend wird. NFTs, das sind Non-Fungible Tokens, also digitale Assets, die in der Blockchain quasi, einfach einzigartig sind. Und man kann sie immer identifizieren, dass irgendwie, die einfachsten Beispiele sind so ein JPEG, jeder kann es zwar runterladen, aber es gibt eines, wo es original ist und das kann man verifizieren. Genau, genau. Das haben wir auch einen Podcast darüber gemacht übrigens. Das kann man auch suchen in der Markei. Stimmt. Und das Besondere ist, das behebt ja sogar juristisch. Also du kannst wirklich, wenn du zum Beispiel jetzt über den NFTs und über Blockchain Land in der Sandbox kaufst und es kommt irgendein Troll und baut irgendetwas drauf und du sagst ihm, verpiss dich und er sagt nein, kannst du tatsächlich vor Gericht einfordern, dass der sich zu verpissen hat. Das ist wirklich, also quasi es hat den ganzen Besitzanspruch und original und nicht, dass ich die digitale Welt auf einer juristischen Ebene. Das ist crazy. Und jetzt hat eben jemand da für 4,3 Millionen US-Dollar Land gekauft. Das ist einfach virtuelles Land, wo irgendjemand für megaviel gekauft hat. Und das geht auch weiter. Also es ist nicht das erste Mal, dass so Deals abgeschlossen werden. Auch Atari hat auch glaube ich irgendwie Land gekauft. Oder Adidas, Louis Vuitton, das sind alles so grosse Firmen, die sich vorstellen, ein virtuelles Einkaufszentrum in dieser Sandbox drin, wo du Sachen einrichten kannst. Sogar die Uni Basel hat schon Forschungen angefangen, wie wird der Preis in der Sandbox definiert. Und haben auch festgestellt, das funktioniert genau wie in der realen Welt. Du hast Adressen, die näher sind an andere coole Orte, die mehr wert sind als Adressen, die irgendwo im Gakus drin sind. Du kannst dir die Welt wirklich vorstellen. Wie eine grosse Weltkarte mit Land, mit kleinen Viereckchen, wo alles Land ist. Irgendwo habe ich eine Landkarte gepostet von dieser Sandbox, die im Moment ist, wo du wirklich siehst, wo ist das Modeviertel, wo ist dies, wo ist jenes. Fucking Bahnhofstrasse und Landstrasse. Ja, man muss nicht mal so weit gehen, wie sich das mal entwickelt. Es fängt jetzt an. Wir arbeiten fast nur noch digital. Das ist eigentlich ein erster Schritt. Wir nehmen den Podcast virtuell auf und unsere ganze Zoom-Call, also wir machen keinen Zoom, aber über Teams und so. Das ist schon eigentlich ein Schritt, wo das dorthin geht. Klar, jetzt ist es noch so aufgesplittet, weil jeder hat halt, du brauchst Teams, der andere Zoom und jetzt ist es einfach über das Internet. Aber wenn halt immer mehr Sachen dorthin abwandert, dass du an einem gemeinsamen Ort, aber wirklich virtuell ist, du kannst zum Beispiel bei Disney Plus und auch bei anderen Apps drücken, schauen wir es zusammen. Und ich glaube auch, wenn das jemand mal schafft, das zusammenzuführen, dass es eben an einem gemeinsamen Ort ist, wo du dann irgendwie mit den Brüllen ist es eigentlich am einfachsten zum Vorstellen, wenn du da ein super VR-Brüllen hast, weil das ist einfach geiler, als vor dem Monitor zu sitzen, aber vielleicht ist es deine Avatare von deinen Kollegen, die irgendwo kennen, du siehst sie dann sitzen, weil sie dort am Gamen sind und irgendwie du siehst irgendwie die anderen sind dort an eine Serie und du kannst einfach irgendwie du hättest dann immer das Tracking, was deine Leute machen, sofern sie sie aktiviert werden, dass wir ihre Aktivitäten tracken, was jetzt ja schon möglich ist mit Google Maps etc., wo man immer sieht, wo die Kollegen sind, wenn das jemand aktiviert hätte. So finde ich, am gleichen Ort schaffst eigentlich auch, also irgendwie, eben, ich weiss nicht, wie das Frontend wird ausgesehen, wo man sich einloggt, das finde ich auch, so das Ready Player One ist das Einfachste, um sich das vorstellen, weil es halt eine grosse 3D-Welt wäre, wo irgendwie dort ist als Firmengebäude und du gehst wirklich rein und dann gehst arbeiten und nachher läufst neben ins Kino, das kann man sich gut vorstellen und das wäre auch realisierbar oder es müsste halt einfach das Internet 3D sozusagen Ja, genau, genau oder eben also du schon Vorstellungen zum Beispiel jetzt mir drei einen Podcast vielleicht du kannst auch mit Stars die einen Podcast machen und du kannst dann quasi virtuell neben dir dran sitzen neben deinem Star sitzen wie er redet und quasselt und das ist irgendwie so ja wäre auch eine geile Erfahrung oder also so vielleicht fängt mal ganz klein an bis wir bei Ready Player One sind geht es vielleicht auch 50 Jahre wer weiss nur schön Kinopremiere weißt die 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 zu Hollywood sind die die Promis sind das könnt ihr mit Oculus Rift zuschauen Oculus Quest oder was auch immer wenn sie auf Facebook die Brille jetzt heisst es Meta Ja das stimmt MetaQuest ja natürlich MetaQuest aber alle in diesem Raum sein und die anderen wären zwar vermute ich jetzt noch physisch steht aber das wäre etwas was heute schon umsetzbar wäre oder du könntest dann irgendwie die müssen halt in der Gala in der Halle die 3D Kameras aufstellen damit den Raum nachbilden aber dann könnten die Leute im Gang sitzen oder so was ich auch noch geil gefunden habe ein Professor von der Uni Basel der das analysiert und einschätzt hat gesagt was z.B. die Sandbox gibt auch andere Beispiele von Metaversus was die so spannend macht für Firmen für Investments es sind Hochrisiko Investments aber was spannend macht ist dass es eine dezentrale Organisation ist d.h. es gibt schon eine Firma die die ganze Infrastruktur zur Verfügung stellt aber die Regeln innerhalb dieser Welt machen tatsächlich die Userinnen und User und sie haben keinen Einfluss darauf was in der Sandbox passiert und das macht es bei Firmen interessanter als wenn du ein Facebook Metaverse hast wo Facebook Regeln macht wo die Regeln jederzeit nach eigenem Goodtun anpassen und ändern und das wäre eine dystopische Vorstellung dass wir ein Metaverse haben das von Megakonzernen kontrolliert werden die Regeln machen das ist dann Snowcrash mässig vor allem das ist jetzt wie ich das verstanden mit Ubisoft auch wieder NFTs angekündigt für ihre Games dort ist es wirklich so dort ist das vermutlich auch mit Blockchain zugesichert aber das ist trotzdem ihres sie bestimmen das sie können das einfach wieder abstellen das ist der Sinn von NFT zu eigentlich auch wieder für Arsch wenn die ein Blockchain betreiben dann ist der ganze Witz der Blockchain hinfällig wenn sie darüber entscheiden nur ein Token hast dann ist dies und es gehört ihr und das ist der ganze Witz dahinter NFT Technologie hat oder einfach Blockchain Technologie hat sicher auch macht sicher auch in gewissen Sachen Sinn dass es eben der Firma gehört das ist eine Ausserfrage Logistik zum Beispiel oder so wer kommt man aber bei NFT ist es genau nicht der Sinn und Zweck dahin schlussendlich kann ja schon sein dass das mega verse oder wie heisst meta verse jetzt haben wir einen dritten Begriff das meta verse abstellst aber der NFT und der Besitz in dem Meta verse ist dir auch immer noch auch wenn all die Serven abstellen und das nicht mehr ist de Fakt könnte NFT Token immer an NFT macht ja Sinn für Trading Cards zum Beispiel oder ein Trading Cards wo du sagst ja das ist meine und die hast du legit bewiesen aber ja das ist ganz anders aber tatsächlich ist NFT der Weck Ich habe schon Beispiele von Hochschulen die ihre Diplome als NFT ausstellen und kannst natürlich auch nicht mehr kopieren und fälschen weil es ist genau vermerkt fälschungssicher das ist natürlich was ich genau das Metaverse wird uns sicher noch beschäftigen auch wenn das jetzt gerade nächstes Jahr kommt und eben zum ganzen Datenschutz hier geht es ja auch im nächsten von unseren Top News Top Themen in der Technowelt beschäftigt haben und eben das ist Whatsapp und zwar dort geht es darum ich glaube im Januar hat das angefangen wo sie eben die neuen Enduserbestimmungen rausgegeben wo man musste zustimmen wenn man Whatsapp weiter nutzen und das hat nachher recht grossen Aufstreit gesucht äh Aufstreit gesucht gesucht ich glaube aber am Anfang hat man es auch ein bisschen falsch verstanden was es genau ging also am Anfang hatte man das Gefühl Facebook weil denen gehört ja Whatsapp dass sie mehr Daten sammeln und mit Facebook austauschen aber ich glaube so wie ich das standen habe im Kern ist es eigentlich primär darum gegangen wie sie Daten mit Art und Weise wie sie es mit Firmen teilen aber es ist sicher trotzdem ein weiterer Einschnitt auf eine Art in Privatsphäre oder einfach aber ja das ist eigentlich gar nicht gegangen wie genau die Leute haben beurteilen wie viele von ihren Daten plötzlich weg gehen man hatte auch das Gefühl Facebook will noch mehr und jetzt ist dann langsam gut und das hat für so einen riesigen Aufschreit gesorgt dass sie das erste Mal gerade um drei Monate verschoben haben die Einführung und das andere natürlich ist das wirklich das Phänomen gewesen und darum haben wir es wirklich auch da reingenommen weil dann überall hat plötzlich der Wechsel stattfunden plötzlich sind die Leute abgesprungen auf Signal Telegram und Threema und Signal hat glaube ich am meisten profitiert wenn ich das so aus diesen Statistiken da entnehmen kann dort ist es etwa um im Februar 50% haben es zugelegt also die hatten irgendwie vorher äh wo ist die Zahl schon wieder aber ich glaube die hatten Millionen die haben einfach gar nicht so viele und die haben irgendwie aber die Downloads sind irgendwie im Mai 2020 waren es noch 11 Millionen und dann im Mai 2021 waren es 105 Millionen Downloads also und eben ich habe die Statista eben es ist die Statistik was wirklich im ich glaube im Februar oder so hat es einfach um 50% zugenommen Downloads das Ding was wir ab und dann bei Signal ähnlich äh nein Signal hat zu viel Telegram hat ein bisschen weniger aber was mir eben das krass ist wenn man die Statistik anschaut die ist himmeltraurig die geht einfach noch einen Monat später äh geht es schon wieder runter und die ist im August haben sie schon irgendwie sechs äh wo ist es da 60% glaube ich irgendwie minus 60% hat das Signal da oder die oder die Shit minus 60% Daily Active Users ja das ist gewaltig also also das ist einfach wieder völlig abgestürzt äh und bei Telegram genau das gleiche dort ist einfach so der Aufsteig und der Fall ist dort etwa gleich bei Signal ist es fast noch drastischer ähm fast mehr verloren als zugenommen und äh ich kann jetzt noch die Zahlen mal aus ach genau ja und das andere fragst du dir Whatsapp der hat einfach ganz weiter konstant zugenommen ja logo es hat nie abgenommen die haben einfach 5% bis im August zugenommen vom Januar her das ist einfach einfach krass 2 Milliarden User hängen es da weltweit das ist schon aus dem Oktober Zahl und äh Signal ähm ähm die Aktiven sehe ich da jetzt gar nicht im Januar sind es 40 Millionen gewesen ich kann schon noch dazurechnen 100 Millionen zugenommen aber dann nachher wieder irgendwie die werden wieder irgendwo bei 30 40 Millionen sein oder schätze ich jetzt einfach so aber es ist doch also wenn ich das richtig verstehe Daily Active User heisst ja wie viele Leute pro Tag Signal benutzen und im Februar ist das um 45% hochgegangen und im August sind wir bei minus 60% also heisst das jetzt unabhängig davon wie viel effektiv der Signal installiert haben oder noch auf dem Handy drauf haben aber Leute die es pro Tag benutzen ist jetzt im August weniger als als vor dieser ganze Geschichte oder verstehe ich ich bin ich bin sicher die Statistik aber ich habe das gesehen wenn es bei 40% hochgeht und nachher 60% runter heisst das wir sind jetzt eigentlich noch fast verloren im Vergleich also die Statistik ist ein bisschen komisch dargestellt aber ja ich habe auch so wie ich das lesen habe die eigentlich gut overall weiss ich es nicht wie es mit die Zunahme die Kurve ist ja konstant wie sie aufgegangen ist und dann geht es ja nicht irgendwie an einem Tag 60% runter aber ich glaube im Vergleich von Anfang Jahr also von Januar zu Mai ist das so wäre es ein Rücklauf wenn du sagst vergleichen mit Anfang oder ja Anfang Jahr ist 0% und jetzt ist es bei minus 60% im Vergleich zu Anfang Jahr und im Februar so schnell also es ist wie so fast ein bisschen als ob die Leute als ob mehr Leute festgestellt haben dass das Signal irgendwie doch nicht irres ist ich weiss nicht oder wie soll ich den Grund verstehe ich wirklich nicht genau ich verstehe wirklich nicht warum es nachher im August schlussendlich mehr zurück gegangen ist als es zu nicht du könntest ja der normale Rückschluss wäre gewesen klar es hat 50% zugenommen aber nachher vielleicht die 50% die dazukommen haben vielleicht gemerkt ja es ist gleich mühsam ich bleibe bei Whatsapp dann sind die 50% wieder weg und vielleicht ein paar sind geblieben aber du hättest dann vielleicht irgendwie so bist du bei über Null irgendwo dort aber du bist jetzt sogar bei minus 60% also so à la viele Leute haben gefunden scheisse mir jetzt das Signal dass das in ist ich gehe jetzt ganz weg es hat auch bei Signal auch ein paar Sachen gegeben die komisch gemacht haben oder die sind auch open source die Messaging aber jetzt in irgendein Bereich ich glaube wegen der Werbung haben sie gesagt die ist jetzt auch nicht mehr open source und dann ist doch dort noch was mit wegen der Finanzierung und so weisst schlussendlich leider sind die nicht völlig sauber sind das die die noch über Arabien und so finanziert sind oder nein das ist Telegram das ist halt irgendeine Stiftung Telegram ist eigentlich Russen ja ja Russen und Araber aber Telegram hat nicht so viel also Telegram ist eben Telegram zum Beispiel ist 24% auf im Februar und jetzt mittlerweile bei 22% runter also das ist irgendwie da immer noch die Differenz da leuchtet völlig ein also völlig das stehe ich ja der Hype ist weg aber es hat gleich so einen kleinen mini growth also es hat immer noch ein bisschen mehr als Anfangsjahr das ist so irgendwie so okay das ist etwa wie bei Whatsapp oder wo wie konstant bleibe ist und jetzt bei 4,1% ist und jetzt BÄM abgeschossen das ist irgendwie eine Differenz von 10-15% wo irgendwie so hä das ist irgendwie alte users müssen es irgendwie vergraut haben damit das zustande kommt aber das ist einfach etwas das hat in monaten lang die Welt beschäftigt und alle sagten das sind die besten messengers der kannst wechseln der ist der sicherste und so das hat man wirklich noch recht spannend gefunden und ich glaube in vielen Kolleginnen Kreisen also das kann ich eben so beurteilen hat sich halt ein bisschen aufgespaltet oder irgendwie bei uns ist es auch am Anfang wo geht man hin Telegram Threema oder Signal und eben bei uns hat mich eigentlich noch überrascht wie gut das funktioniert hat die meisten hatten eh schon ein zwei zusätzliche hatte und dann entweder das ich schon hatte oder sie mussten auch installieren und bei uns sind jetzt eigentlich alle auf Signal und bei mir ist es wirklich ich habe noch einen Kollegen der ist einfach stur der bleibt einfach der ist einfach zu faul und der bleibt bei Whatsapp und dann auch wirklich Grosseltern Eltern alles und dann habe ich noch vom Kung-Fu von früher dort noch irgendeiner ist noch bei wir haben jetzt gehörte das Weihnachts essen und dann hat er mir auf Signal geschrieben und dachte ich in dem Fall lebt in einer anderen Gruppe doch noch und in der Box Gruppe hat es nicht gelohnt eine neue Gruppe zu machen deshalb bin ich jetzt der Einzige die über SMS und E-Mail informiert wird wie sieht noch bei euch aus gemischt sehr gemischt so 50 50 ja bei mir auch also ich ein Signal brauche ich eigentlich für zu wenig bei Whatsapp leben einfach lazy auch ich habe mein Facebook noch nicht gelöst obwohl ich nie drauf ging es ist einfach meine leisiness aber meine Main Gruppe ist nie zur Diskussion umstanden obwohl das eigentlich alles wäre sehr offen für verschlüsselte Kanale zum kommunizieren aus welchen Gründen auch immer aber nein ich weiss auch nicht ich kann alles und kommuniziere auf allen Ebenen was dann sehr verwirrend kann sein es gibt durchaus Konversationen und dann irgendwie per Teams Signal und WhatsApp gleichzeitig führst und dann noch ein Mail hin an das ist so fuck off nein wirklich nicht ich habe WhatsApp wirklich einfach gelöscht und das war nie das Problem war das Problem ist es ja nicht das ist die ganze FOMO die du hast immer die fear of missing out dabei wenn du mal schaust wenn ich schnell in mein Whatsapp reingegange und da etwas noch ist was man nicht auf Signal machen oder ich finde so weiss aber du kannst wie Luca sagt wenn die Hälfte bleibt dann geht es nicht bei mir ging weil nur ein Kollege nicht wechselt ja logo aber es hat zu tun mit neuen Kontakten und so finde ich kann ich alles nach leider ist schon der quasi Standard und es gibt schon diverse Side Hustles die ich auch immer zuerst erst Signal oder logischerweise kannst SMS schrieben aber schon einfach auch wirklich einfach crap ich habe gestern das war ganz etwas verrecktes zu dem Thema gestern ich bin Samichlaus machen am Sonntag und dann hat die Mutter also Grossmutter schrieben um zu bedanken dass ich das gemacht habe und so das ist aber dann nicht als SMS angekommen weil sie jetzt glaube bei ihrem Handy als MMS geschickt das hat mein Provider nicht oder ich weiss nicht wieso ich weiss nicht ob Digitec ich connect aber es müsste ja auf mein Handy oder ob ich falsch nicht eingerichtet habe mich nicht erreichen und das MMS gestern als Mail zugestellt aber es war noch Text drin und dann habe ich ein Text File bekommen das war wirklich sehr absurd aber eben apropos Konnektivität und so es ist gerade unzureden stellend im Moment ja aber ich bin froh bin ich einer von diesen Tiefen wenigstens los und jetzt in meinem Fall ist es zum Glück Schmerzen hast du aber Telegram und Tremont so hast du auch oder was nein alles nicht weil Telegram ist einfach ein Scheiss was ich von meinen Security Kollegen nicht mehr höre ist einfach wenn du bist vom Regen in die Traufe ja das stimmt aber ich habe natürlich auch zum mich belustigen die QAnon Schweiz Gruppen abonniert aber jetzt komme ich nicht mehr rein jetzt die Instalier ich glaube auch einfach zum Schwurbler lesen das Neuste aus der Schwurbler Ecke ich würde irgendwelche Verwandten vermute ich dann dort finden ja das wäre auch ein paar was machst du da bin die noch geoutet als geimpfte also das ist genau als Booster hat er sogar ja ja morgen ja nein also und dann die zweitletzte aber nicht letztes Mal wo man darüber reden leider das ewige Jahr der knappheit bei den ganzen Chips mir hätte gerade auch wieder ein Kollege gesagt er hat vor eineinhalb Jahren schon wollte sein PC verrichten und hat jetzt immer noch seine 10 70 oder 90 70 hatte das auch vor einem Sony Dude der bei mir ist der auch seinen PC zusammen baut und bei ihm fehlt was ich glaube Rams fehlt bei ihm gerade da geht aber eigentlich ich glaube ja du findest schon Grafikkarte also er sagt mir das schon seit einem Jahr dass er den Pizza zusammen stellen Grafikkarte ist mittlerweile gekommen aber jetzt spielen noch die Rams Simon was ist das Problem und warum bist du was wenn man noch mal zurückschauen es hat wirklich tatsächlich nicht das Thema von dem Jahr es ist das Thema seit der TX letzten Sommer raus gekommen 30er Serie die hat schon angefangen dann Playstation 5 massiv Lieferschwierigkeiten und dann hat das eine riesen Auswirkung auf alles und prinzipiell gibt es verschiedene Themen wieso das so ist einerseits ist tatsächlich Covid ein Treiber die Leute sind zu Hause haben Köhlen und müssen aus dem Homeoffice arbeiten und sind Elektronik geil also das hat einerseits natürlich Elektronik Chips also quasi sie sind nach und produzieren blöd gesagt und darum gibt es keine Chips dann ist China ein Ding also die ganze Handelsstritte China USA spielt da wirklich tatsächlich noch ein bisschen China findet eine De-Globalisierung statt und das bedeutet dass China lieber seine Chips für sich hortet und die nicht in USA liefert USA aber seit Jahren und Tagen fast keine Chips mehr produziert im Vergleich zum 2020 so weißt 2000 habe ich herausgefunden dass es ist wirklich verreckt im Jahr 2000 haben Europa und China zusammen noch 41% der weltweiten Chips gemacht so und jetzt sind es noch 17 also es wird wirklich alles in China und Taiwan produziert und das ist eine Abhängigkeit und das schlägt sich jetzt zurück so und dann gibt es auch noch Lieferengpässe allgemein nicht mal nur bei der Elektronik und dort das ist das ist das habe ich schon mal angetönt und da bin nochmal dem ein bisschen auf schliche das hat dann wieder mit Mandelskrieg China USA zu tun weil die Chinesen exportieren zwar in USA aber die USA exportiert nicht mehr nach China jetzt fahren natürlich x Frachtschiffe einfach voll von China in die USA stehen dort aber leer rum weil sie es ist teures Frachtschiff zu betreiben und das leerfahren zu lassen lohnt sich einfach nie du musst das immer irgendwie erfüllen und wenn die alle leer dort sind und nicht Waren aufnehmen die sie exportieren dann haben wir ein Problem dazu dass Holz noch sehr teuer wurde wegen irgendwelchen Würmern also es ist ein ganz fragiles Konstrukt wo es einfach irgendwie so aus der Fuge geraten und darum ist die Chipknappheit zu groß und was macht man jetzt also einerseits der grösste Chiphersteller ist aus Taiwan vor allem bei den Highgrade Chip also nicht das was du in deinem Luftbefeuchter drin hast die Chips sind meistens aus China aber die die bei Nvidia Apple und so bräuchten sind aus Taiwan und der grösste Chiphersteller hat gesagt er investiert 30 Milliarden Euro in neue Produktionsstätten aber um die raufzuziehen zahlt einfach das ist Taiwan Silicon Manufacturing Company oder so heisst die TSMC aber auch in den USA werden auch wieder Sachen gebaut genau die SMC baut in Taiwan wenn sie voll raufziehen aber weil die USA und Europa gemerkt haben wir sind so scheisse abhängig von China und Taiwan Taiwan wäre ja nicht ein Problem aber jetzt kommt die globale Weltlage das Spiel wenn China mit Taiwan anfängt einen Krieg haben was laut Xi Jinping sehr gut möglich ist weil das ein Vollarmok ist und jetzt schon die ganze Zeit am drinnen ist und Zäbelrasseln macht dann haben wir gar keine Chips mehr weil wenn da ein Krieg ist dann sehe ich nicht dass da etwas aus Taiwan rauskommt China hat natürlich einen legiten Anspruch ja wie legitim der Anspruch ist aber sie haben in Europa und in den USA anfangen wieder zurück zu krebsen und wieder Chips zu produzieren was natürlich das Ganze wieder nicht viel günstiger macht weil du musst zuerst mal die Fabriken bauen und Mitarbeiter finden für die Fabriken die teurer sind als in China das heisst das wird wahrscheinlich dann hat alles wieder teurer das passiert und es ist tatsächlich ein riesen du kannst wirklich ich bin vom einen ins anderen wieder recherchieren es gibt so viele auch die side stories wie die autoindustrie ist am boden die können nicht liefern würden zwar autos verkaufen und das ist einfach ein selber gemachtes problem es kommt covid dann sagen sie ja shit man können keine art mehr verkaufen weil niemand mehr garage kann all chips abstellen die wir bestellt haben für das jahre aufhören das macht nur lagerkösten und so und die geister die schreife ein jahr später wollen alle auto kaufen und zwar doppelt und dreifach sie wollen die absage zurücknehmen oder neue chips bestellen und China sagt nein wir haben nichts wir haben wir in dem podcast gesagt dass BMW einen karen aus brach dass kein touch touchscreen mehr einbauen dann einfach normal einbauen und das sind aber sehr selber geschuld wenn sie gesagt hätten wir horten die chips aber natürlich ist eine schnelllebige Geschichte und sie wissen nicht ob es einen absatz machen aber wo du alles on demand shipping machst fällt das zusammen das ist eine airline wenn du jetzt ein billig für einen Swissflug dann zahlst du in einem Jahr dann zahlst du den flieger der jetzt gerade abfliegt in Kloten weil einfach alles muss möglichst in Bewegung und das selber mit dem Lager wir haben bei uns etwas wir wälzen unser Lager alle zwei Wochen komplett um im Idealfall weil du möglichst wenig Lagerkosten haben aber das kommt dann wieder zurück also es ist recht abgefahren was da und das Schrauben ist einfach kein Ende in sich das kann niemand niemand sagt jetzt geht vermutlich noch ein halbes Jahr und dann ist sicher gut das sagt niemand die SMC sagt bis 2023 auch mit den 30 Milliarden Investitionen ist ihre Abschätzung 2023 und ich nehme sehr fest an dass sie nicht wenn sie so etwas kommunizieren dass es dann länger dauert weil sie wollen ja nicht sich das Fleisch schneiden und so ich glaube dass wir tatsächlich Geduld haben also ja ich meine es gibt ja schon also mich nimmt es wunder was Nvidia kündigt immer wieder neues zu haben der Chip hersteller und so jetzt kommen die vier ja die sollten ja dann schon mal nächstes Jahr kommen oder also wenn es nach ihrem Rhythmus geht dann müssten nächstes Frühling Sommer hey aber die mehr haben 30 80 für dreieinhalb Tausend Stutz nein ey Wahnsinn wie ein absolut irre Preise bei uns du kaufst lieber ein Komplett-PC für 3800 Stutz mit einer drin mit einer 3080 ja ja da könnt ihr es gleich einer kaufen es hat da einer das sind die verfügbaren 3080 ja gut das macht zum Glück dann danke ihr seid genug gute Kunden dass ihr den Shit nicht mehr macht und das zahlt ihr sind genug gescheiden echt es ist wirklich einfach verkauft sie für neuwertig bei uns auch für dreieinhalb tausend Stutz ich sage einfach das ist Wahnsinn ich finde das schon ich meine einerseits geil die Konsumgesellschaft bremst aber das macht es eh nicht dann kauft man einfach etwas anderes aber ja ich meine das Stutz ist einfach wie die ja ich weiß nicht es hat einfach mal wieder gut gezeigt wie so wie Kapitalismus oder das ist halt schon so ein Schloss auf Sand gebaut oder mega du hast irgendwie ein Kartenhäuschen was auch immer kannst für bildhafte sprach wenn dann nimmst eine Karte weg und dann verdammt wackelig ja es fällt wirklich alles zusammen und das ist halt schon ich meine es ist nicht nur bei der Knappheit keine Ende in Sicht aber es ist auch keine Ende in Sicht dass man etwas aus dem lernen Profitgier und Gewinn Maximierung und Aktionär zufrieden stellen ist nach wie vor es spricht bänd dass die reichsten 2% oder so noch mal 20% reicher wurden während der Pandemie das ist nicht da geht man nicht auf den Balkon klatschen fürs Pflegepersonal oder vielleicht macht man das plakativ aber man gibt sicher kein Geld aus für das ich finde es tatsächlich man sieht die Auswirkungen knallhart und man könnte sagen Leute nehmen da ein Riemen und so sind solidarisch oder schauen einfach dass das nicht mehr passiert aber nein wenn es Staat gab dann wären wir wirklich tot so fertig aber sind wir zu politisch wurde vielleicht aber es ist jedenfalls ich glaube ich habe das Gefühl nichts riecht noch als dass man irgendetwas daraus gelernt hat profitiert hat man immer noch ja nein also Nvidia macht Köhlen das ist ja nicht ihnen ist das gleich Sony macht Köhlen mehr können machen ja aber ja also gut dann die nächste Story um Geld geht es immer in unseren Storys und die haben vielleicht auch geblutet obwohl nicht mal da bin ich sicher aber Activision Blizzard und wir haben das auch reingenommen nicht nur weil es bei uns gefühlt jedem zweiten Podcast vorkommen ist weil du einfach jede zweite Woche neue Skandal dorthin vorkommen ist sondern weil es auch sich ein Bild auf die ganze Branche zeigt und ich kann nicht sagen das ist überall der Fall aber wir berichten über die Sachen die in uns als Gärtchen fallen und Activision Blizzard wenn ihr hinter einem Stein gelebt habt oder unter einem Stein hinter dem Mond oder unter dem Stein hinter dem Stein auf dem nein unter dem Mond hinter dem Stein einfach hauptsächlich Metapher mischen also genau der ganze Skandal den aktuellsten jetzt weil wie gesagt es geht alles lange zurück im Juli wo das kalifornische Departement für faire Arbeitsbedingungen und Wohnen hat nach einer zweijährigen Untersuchung die Klage erhoben gegen Activision Blizzard das eben eines der grössten Game Unternehmen die World of Warcraft Call of Duty herausbringt und es ist wirklich darum gegangen dass die schwere Missbrauchsvorwürfe im ganzen Unternehmen also weitreichend überall sei es vorkommen und in extremen Ausmass also wirklich mit schlimmen Beispielen das in den folgenden Wochen und Monaten ist einfach immer wieder einfach in der einen drauf gekommen es ist einfach immer wieder ein Skandal am nächsten gefolgt als erstes dann hat mal der Präsident von Blizzard aktuell ist der Rente aufgestellt J. Allen Bragg dann ist der gegangen oder eben gegangen wurden klar ist nicht kommuniziert wurden aber es war relativ klar dass er als Volk von dem Skandal unter seiner Obhut passiert ist Nachfolger Mikey Barra und Jennifer O'Neill hatten eine Co-Führung und das erste Mal auch eine Frau sie hat im August bereits gekündigt und hat sich herausgestellt auch sie belästigt in dieser Firma hat weniger verdient als ihr Mitchef und erst bei der Kündigung doch noch sie ging und hat gesagt es Nein sie hat sicher nicht gesagt es hat mit dem zu tun sie hat einfach gesagt sie möchte sich ausserhalb der Firma für Gleichstellung einsetzen und es sind aber dann E-Mails auftaucht wo sie auch gesagt null hoffnung dass man sich für Leute wie sie lesbisch und asiatischer Hintergrund weiss gar nicht aber jedenfalls nicht nur Person of color ja genau person of color und hat einfach gesagt dass Leute wie sie hier nicht priorisiert in dem Laden und dass sie selber belästert wurde und nicht viel verdient das spricht ja Bände oder wenn es immer ein Skandal geht und das oberste oben sitzt Bobby Kotick er ist CEO der ganzen Firma und ich glaube vieles hängt halt einfach schon dort einfach weil er ist der Kopf und er ist einerseits hat er von vielen Fällen gewusst und hat aber am Anfang gesagt das ist alles neu er von gar nichts gewusst das ist ein super Laden bei ihm und dann hat sich herausgestellt er von jensten Sachen gewusst hat Täter geschützt die wegen Missbrauch und Vergewaltigung beschuldigt wurden er wird selber beschuldigt und war nicht direkt beteiligt aber von Gericht gegangen aber wirklich er selbst beschuldigt für sexuelle Übergriffe und Sachen hat Verwaltungsrat verheimlicht aber das Board steht immer noch hinter dem das sind 9 Leute oder so Verwaltungsrat ja und das sind halt alles seine Buddies die kennen das seit Jahren die sind mit dem reich worden weil der Ding ist halt der Bobby Kotick hat Activision übernommen wo es kurz vor Bankrott gestanden sind und hat die Firma zu dem heute ist verdammte Geldmaschine und das heisst all die die schon so lange haben sich eine goldige Nase verdient und die stehen so lange hinter bis es nicht mehr geht aber mittlerweile hat Sony Nintendo Microsoft die haben sich alle klar gegen das ausgesprochen und die Story ist bezeichnend dafür das neuste Update war dass sie jenste Tester entlassen haben bei Call of Duty Tester Hunderte und gleichzeitig haben sie wieder Milliarden Gewinne vermeldet für das Call of Duty und dort immerhin ist die neuste Meldung dass mega viele von den Studios Raven und die anderen arbeiten einfach die Arbeit nicht geleitet und gesagt das machen wir so lange bis sie wieder einstellt und hoppla was ist passiert ich glaube 500 Leute haben gesagt wir jetzt eine Festanstellung rüber das funktioniert die Scheissfirmen das kannst einfach nur so sagen es geht wirklich nur um den Profit aber eben das ganze Missbrauch das ist halt wirklich einfach das krass weil die Meldungen reissen einfach nicht ab und es wird einfach keine Lektion daraus gezogen dann Luca hat der Sex hat Anfang Jahr haben wir angefangen mit Riot Games weil der CEO wurde auch sexuellen Missbrauch vorgeworfen und konnte offenbar eine Third-Party Untersuchung nichts nachweisen aber das kam nicht vor Gericht darum keine Ahnung wie aussagekräftig das ist aber die Bro Culture und Belästigungen und das hatte schon Jahre vorher welche Sachen hatte und das gleiche Amt das gegen Activision Blizzard klagt ist auch dort am Klagen und die läuft noch und bei Ubisoft das gleiche dort ist das eine ist 2020 wo vieles raus gekommen ist dass das eine totale Bro Culture bis in die Spitzen mit dem Sohn Yves Guillemont involviert ist und genau das gleiche die werden 2021 haben sie in Frankreich hat Frankreich oder Behörden geklagt wegen institutionellen Belästigungen und der Mitarbeiter kämpft dagegen weil einfach tut sich nichts und das finde ich einfach es wirft schon ein verdammt trauriges Bild auf die Branche bei allen grossen Firmen scheinen einfach unglaublich Dreck am Stecken zu haben und eine verdammte Männer Kultur zu sein die sich einfach irgendwie man sieht nichts Positives und logisch ist nicht jede Firma so aber dass es so verbreitet ist und dass sich nichts ändert es erstaut mich auch nicht dass in den Teilgaming Communities immer eine Toxizität herrscht ich weiss nicht mehr wer genau war als das Gast war eine Entwicklerin die gesagt wenn sie am Abend Overwatch zockt nicht aber zufällig ein Activision Blizzard Spiel aber wenn sie Overwatch zockt einen Filter damit nicht als Frau erkannt werden damit sie männliche Voice hat es geht das alles doch auch Hand in Hand eine toxische Community die Entwickler die nichts dafür machen dass sich etwas ändert und auch in einem toxischen Umfeld arbeiten Chefen die keine Frauen anstehen oder nicht genug diverse Mitarbeitende anstellen und so also es wundert mich es ist schockierend richtig überraschend ist es dann aber eben doch nicht und ist klar weil das müssen wir nicht reden dass das auch in anderen Firmen so ist vielleicht ist das ein Männer Problem das sind unsere Leute immer sehr schnell mit den Kommentaren ist nicht nicht nur in der Gamebranche es gibt auch andere und tun nicht so blöd halten einfach die fressen wirklich nein echt ich finde es ist in der Gamebranche das Problem und wir reden darüber und das machen wir extra weil es so faktisch und es ist egal ob es in anderen Branchen auch so ist es ist mir egal ob in einem Heldsbaubetrieb toxische Stimmung ist wir sind Techpodcast und wir reden darüber und es gibt Techfirmen wo es funktioniert und nicht Gamefirmen sind solange es Kommentar gibt auf unserer Seite wo Leute einfach sagen es interessiert mich nicht man interessiert nur das Game dann weisst du bist ein Teil des Problems du bist absolut genau ein Teil des Problems absolut wenn du nicht Gedanken machst ich habe keinen Bock mehr aktiv zu spielen das habe ich schon mal gesagt das mache ich nicht mehr aber ich verstehe die Kollegen die spielen weil Diablo 2 ein geiles Game findet aber wenigstens sind sich bewusst und wissen und man kann darüber reden und eine gescheide interessante und bereichernde Diskussion führen aber eben dass das Problem ist und dass man das wirklich vor Augen geführt haben und dass man etwas weiss was wir als kleine Menschen dagegen machen aber ja sorry ich bin schon wieder in Rage darüber reden ist sicher schon mal etwas wichtig einfach immer publik machen das machen wenn man tot schweigt dann bleibt es ein dringendes Problem darüber reden und das hat das Blizzard Activision extrem gut bewölkt es war das ganze Jahr über ein Thema und ich glaube dort ist schon awareness sehr viel grösser als wenn man heute vor einem Jahr zurück geht dass das ein Problem ist in der ganzen Branche noch nicht so bewusst wie jetzt nach dem Jahr immer wieder neue Sachen gibt also es hilft definitiv wenn darüber reden und das zum Thema macht es wirklich traurig bevor jemand meint es macht uns Spass über das zu reden oder dass es um Klicks geht oder was weiss ich will Skandal grosse Firmen jene als bypassen geil nein es ist einfach nur traurig es ist eins von unseren liebsten Hobbys wir leben die Welt wir schaffen in der Welt es ist ist nicht schön dass man seine eigene Welt eigentlich so muss auseinander pflücken und so muss über Sachen berichten die man am liebsten wirklich tot schwiegen weil es einfach wehtut aber ja genau es ist ja irgendwie bliss dass ich einmal meine Lieblingsfirma war weil ich die Games geil gefunden habe und das macht einfach mir ist es so ich habe mehr Freude an etwas das wie wenn Bio Zeugs kaufst das das Gefühl dazu auch wenn es Diefs und da macht es Spass zu unterstützen oder die die Psychonaut 2 gemacht haben das spielen das ist das Game von dem Jahr das ich das ich vielleicht in den nächsten Podcast von Games besprechen aufhalten aber das macht mir Spass aber was ich auch muss sagen oft bin ich zynisch und das das bringt gar nichts aber jetzt Sachen die hoffnung geben sind einerseits dass sich mega viele Mitarbeiter die ich weiss gar nicht wie die sich organisiert haben denn die Firmen gehen immer mega hart gegen jegliche Organisation vor die externe schlichtungsbeauftragte schlichtungsbehörden behörden kann man dem nicht sagen aber eine schlichtungsfirma beauftragte die dafür bekannt ist dass sie genau Aufstände niederdrücken im Sinne des Arbeitgebers das ist ja völlig absurd auf der ganzen Linie so so hart aber es zeigt das das sind nicht Lagermitarbeiterinnen von Amazon die knallhart manipuliert werden weil da mangelnde Sprach Kenntnis und so sondern das sind ja alles intelligente Leute ich sage nicht dass Amazon Mitarbeiter nicht intelligent sind aber ich glaube es sind Leute die sich in danach organisieren weil sie vielleicht eher vernetzt sind und vielleicht eher weniger darauf angewiesen sind den Job zu haben und das funktioniert also doch das gibt mir auch das finde ich wirklich geil es geht sie können zu 500 stefflich rauslaufen und sagen ja ok fahrt geht vor ich laufe nicht genau Tester die können offenbar nichts machen das sind Warehouse Mitarbeiter genau das sind die Niederren die einfach keine Rechte haben meistens nur rausgeschmissen werden wenn es nicht passt und geil finde ich dass die andere Entwickler sich einsetzen weil die vermutlich auch wissen die Tester sind so wichtig und das andere ist dass sich wirklich die grossen Firmen also die müssen ja nichts sagen auch wenn sie sagen nicht sie aber dass sich doch Sony geöstert hat und gesagt das uns lange nicht was gemacht haben und Microsoft noch einen schritt weiter und gesagt wir überdenken die partnerschaft und weisst das klar auch wenn sie nichts machen aber sie sorgen für den Druck der schuss vor den bug gibt es schon mal das ist das wirkt und das ist so wenn die grossen agieren und vor allem was ich auch glaube die müssen wenn sie das sagen dann muss es bei jenen stemmen wenn du dich raus lernst sie und sagst das ist dreckig was ihr macht wir überdenken unsere partnerschaft dann überleicht du sicher gut und sagst hey jetzt müssen wir bei uns mal durchstreben weil der scheisse darf nicht bei uns auch raus kommen da hast sicher also da hast weniger leichen im keller als oder weisst das ist was passiert was in gross firmen und du sorgst dafür genau und zwar nicht mit überdecken sondern wirklich mit hey schau das ist scheisse wir ändern es jetzt weil stillschwiegen oder irgendwer so so geschichten machen das haben wir gesehen in ein paar firmen hat es schlicht nicht funktioniert ja und das andere ist potenzielle mitarbeiter weil ich meine jetzt ist schon so blizzard hatte mal so einen ruf du bist geirrt um da zu arbeiten scheinbar wegen dem auch schlechter Lund zahlt weil es ein privilegis war da zu arbeiten aber ich glaube jetzt ist so also erstens ich glaube die Arbeit liegt relativ still darum haben alle Games verschoben ja wer geht jetzt zu arbeiten ist nicht kein attraktiver arbeitgeber mehr vor allem alle Frauen oder also die Jobs haufen vor allem genau die die wir jetzt müssen haben um etwas zu verändern das ist schon so überleister ich will zu Ubisoft gehen und gelesen dass ständig Leute geleistet werden oder blizzard oder so das gibt schon Hoffnung dass dich langsam kehrt aber das jedenfalls auch ein Thema wie fast alle von denen werden uns im nächsten jahr weiterhin beschäftigen und ja aber das sind die fünf technische die die welt und uns beschäftigt haben das jahr und ja als nächstes kommen filmjahresrückblick filmjahresrückblick film und serien und der gamesjahresrückblick film und serien ich habe nur film 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 ok also Ich glaube, Serien haben wir schon mal dieses Jahr gemacht. Zwar nicht im Rückblick, aber wir haben mal unsere Top 5, 10 Serien. Und da machen wir aber keine gemeinsame. Sonst dürften wir Luca nicht einladen, weil er nur Marvel bringt. Und Musicalfilm mit Latin Music. Nicht zu vergessen. Luca ist einfach eineinhalb Stunden gemutet. Ich bin einfach, du siehst nur meine Lippen so bewegt. Warte, bis es aufhört und dann können wir wieder reintöten. Nein, wir machen unsere Top 3 von Filmen. Und dann der letzte. Möchtest du in diesem Jahr rausgekommen, oder dürft ihr das so ein bisschen? Ich hätte es gesehen. Ja, ein Jahresrückblick, nicht ein Jahresrückblick. Nein, weisst du, nein, Ende 2020. So meine ich. Könnte ja noch einer sein, der noch über eine Schwappt, sage ich jetzt mal. Nicht. Okay, 2021, ist gut. Du findest sicher einen Weg, um den gleichen rein zu muggeln. Irgendwann, so wie beim letzten Mal. Okay, und am Schluss dann auch unsere Top 3. Citizen Kane. Wie? Ja, in dem Jahr ist er ja da. Das ist ein Film, wo mich sehr an Citizen Kane erinnert. Das ist übrigens der Film. Genau. Nein, aber der ist ja schon älter. Ja gut, ich muss mal schauen, ob ihr überhaupt drei zählen, weil sonst machen die die vier. Gut. Also mit dem machen wir dann Schluss. Ich habe noch unsere Neck. Am Samstag ist noch Digitec Playground Session mit Simon. Er zockt Age of Empires, fliegt vermutlich die erste Runde raus. Absolut. Ich müsste überhaupt sagen, ich habe noch kein einziges Online-Spiel gespielt. Du bist so einverstanden. Ich mache aber mit, mache aber mit. Das wird gut. Aber ich mache wieder einmal. Ich glaube, ich muss es doch reinschauen. Ich mache wieder, nachdem wir ja Age of Empires 2 schon gemacht haben und dort ja mein Lithuanian 3-Minute-Rush grauenhaft in die Hose ist, suche ich mir noch ein paar gute Gosu-Strats raus für den Samstag. Du bist so eine komische Sexposition irgendwie. Das ist ja Starcraft. Gosu ist irgendein koreanisches Wort. Gosu-Strat. Suche ich mich raus, damit wir nachher dort wirklich auch eine gute Unterhaltung haben. Ich gönne nicht, ich gönne nicht. Samstag halb eins oder halb zwei? Halb eins. Ich glaube auch halb eins. 12.30 Uhr. Fängt an auf unserem Twitch-Kanal Digitech Playground oder auf YouTube. Könnt ihr es schauen. Könnt ihr es schauen. Weil sie unsere Partnerschaft verweigert haben, streamen wir weiterhin gleichzeitig auf YouTube. Ja, ja, ja. Fuck Twitch. Genau, das ist es. Und dann nachher haben wir nächste Woche, ja, vielleicht streamen wir dann sonst noch irgendwas. Schaut mal, schauen mal ein bisschen. Matrix vielleicht. Ja, das ist deine Idee, ja, mal schauen. Ja, das ist eine Idee. Also, das ist ein trashiges Game zum Filmwunsch. Der Film kommt aber erst am 26. 23. Dezember. Ah, der kommt schon dieses Jahr. Okay. Ja, ja, darum wollte ich es ja, der passt es ja eben schon einigermassen. Ja, das stimmt. Also komm, ab und bis nächste Woche. Danke für mich, machen Sie, zulassen und so. Zulassen und so, schauen Sie, tschau miteinander. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. the y y Untertitelung des ZDF, 2020